ja leute willkommen weiße silberfeld in games and more ich bin der flo und wir spielen wieder wwe 2k 17 jahr zweite woche bzw erste woche zweites match gegen bodell ist es glaube ich nee baron corbin aber bodell ist sieht so irgendwie aus ja wenn haben wir ihn noch was interessantes zu machen ja ich denke wir machen wir die woche noch nichts weil ich gesehen habe dass wir wir verloren dann bei unserem tagpartner jayden jett ich weiß gar nicht warum da zwei punkte abgezogen wurden ja mit mir bring in you all this exciting wwe action live from ringside unless your house is on fire you better stay put for some great wwe action if you even think about changing that channel you'll regret it stay tuned look into this car and i just got to rub my hands together and smile singles match coming up next we have one of our breakout talents taking on some tough competition hold on to your so los geht's baron corbin gegen colin the crow hab ein bisschen das moveset geändert um ganz klein wenig schon mal angepasst so ein zwei sachen einzug werden wir eh nie sehen weil die musik kann ich euch eh nicht vorspielen bzw ich höre sie aber ihr nicht von daher werden wir das weg machen weil es ja nichts bringt ne so mächtig kacke aus der typ jetzt kommt das gleich mal aber das können wir auch nein ich bin ja noch nicht kommen dass im sachen ist mit ihr wo die think baron corbin's mindset is right now hey he's the ww superstar which means he's among the very best the laser pair of boots but does he have what it takes to beat is competition here tonight that remains to be seen hey ko don't mind me komm schon du penner und dann wieder auf seilen er lässt sich feiern so er konnte auch gleich wieder ey es gibt es gar nicht ja kannst du knicken ey aber jetzt haben wir das ist so scheiße wir müssen auf jeden fall wir müssen auf jeden fall ein paar mehr machen ich kann jetzt nicht mehr kommen ich kann ich lege komm her bei baron corbin der macht uns hier voll fertig jetzt hat er schon das signal ja den hab ich gekontert so jetzt bin ich dran da ging voll daneben so dann werden wir mal so einen ersten signature machen nein den hat er gekontert äh, gibt's doch gar nicht so, schon mal so ein Back-Suitlex puh komm schon hier auf meinen Bulldog komm schon hier 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 und jetzt hab ich gleich Signature wenn er jetzt nicht wieder kontert ok krieg da noch ein Slash ab und dann unser Signature komm schon jetzt geht's nicht komm schon komm schon oh man da ist er der ist seo aber das schafft er nicht er ist noch zu gut drauf oh er kontert so aber wir haben ja noch Finisher komm schon nein jetzt kontert er schon wieder ey krieg's nicht nein und jetzt gibt's die Last Ride sehr schön ja ich denke für den Cover ist es noch zu früh wollen wir gar nicht anfangen oh 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 ow warte nur oh wieder zu früh verdammte kacke er und Cover wow nicht mit uns nicht so schnell ok jetzt macht er seinen Finisher hab ich gekontert jawohl supergeil jetzt kriegt er noch eine Last Ride ab Nummer 2 ja jetzt kommt schon ein Pin wow was geht ihm los ey fichst doch noch nichts wieder sein scheiß pickbreaker erste niederlage im zweiten match da war auch noch mal zu groß für uns baron corbin schade gar nichts machen leider aber ergeben nicht auf wir lassen uns nicht unterkriegen wir machen weiter so ich habe nur 1,25 beliebtheit bekommen weil face weil ich gegen hier gekämpft habe oder was ok was soll es weiter nicht unterkriegen lassen auf zum nächsten kampf das ist alles nicht so interessant für uns so die woche haben wir kein event mehr main event sind wir noch nicht dran aber bei war haben wir wieder einen kampf oh ein tagteam kampf sind das nicht die champions wir sind übrigens gestiegen nach unserem letzten sieg also nach unserem ersten kampf auf ersten sieg sind wir nummer eins herausforderer schon kann ich mal zeigen ja das ist ein new day muss sich warm anziehen ja jetzt haben wir einen kampf gegen die auf platz 3 darren young und tydus o'neill also die dardley boys sind auch noch mit drinne zweimal die white family ok ok ja wir haben wieder nichts gemacht im t-shirt gekäufen aber wir können mal ähm bam 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 wo ist denn das talente? ne Fähigkeiten ne Fähigkeiten auch nicht Eigenschaft ok ja mal ein bisschen ein paar Sachen machen auf jeden Fall Reversal haben wir schon 70 machen wir rück mal auf 80 ähm Probeweißen Reversal wie soll man nehmen so ein bisschen hier ja wir können ja überall mal eins hochgehen wir können ja überall mal eins hochgehen Wrestling Schwung Schadenserholung können wir vielleicht auch mal auf 70 machen Ausdauererholung Ausdauer im Allgemeinen können wir auch auf 70 machen haben wir schon 68 Punkte Stärke können wir auch auf 70 Agilität können wir auch auf 70 Griff Tempo so wir haben auch mal auf 70 Anges Tempo auch so Gelebens Tempo 65 Feindfähigkeit Armfähigkeit Kopffähigkeit Feindkraft Armkraft Nein Gott dann kommen wir wenigstens auf ein Gesamt von 70 ja ich denke so lassen wir es na what ja hat es jetzt so genannt genau so so sind wir gleich noch ein bisschen stärker was haben wir für Fähigkeiten weitere Fähigkeiten 5 Platz also ich könnte eine Karte Move Deep ähm ok das verstanden Signature oder Finisher Clown ja Teamwork Chancenlose Aggression Robe Rack Level 1 Entkommen ja das ist eigentlich ganz cool Publikums Liebling ok Ungewickelige Objekte Fähne die Chance Superstars beim Schreibschirm aber das wollen wir nicht und ja Teil und Widerstand Sprecher Pincombo Pin Pin Techniker nach den Techniker diese Fähigkeiten sind immer aktiv sind die Ausdauerkosten ah ja das ist auch nicht schlecht aber wir nehmen auf jeden Fall mal Entkommen ja bis jetzt ja ein weiterer Fähigkeiten das sind 5000 machen wir mal und dann nehmen wir dann den Techniker so sehr schön haben wir 36 VC übrigens nicht viel ja wie gesagt wir müssen uns die ganzen Movesets noch kaufen und so weiter und so fort ich weiß gar nicht wie es ist wenn ich ähm wenn ich draußen Spieler freischalte also ich kann mir ja auch hier äh gesperrte Spieler noch kaufen quasi und guck mal was wir hier Autority haben ja die sind schon negativ und dann bringen die Körpern ins Gegner zum Match in den roten Bereich ok ja mal gucken ob wir das schaffen wollen wir eine Promo noch machen ja denk ich nicht wenn wir nächste Runde nächste Folge machen oder meine Promos wissen durch ja geile Show jedes Mal ja bei RAW im Hauptroster so erste Match ist auch ein Tag Match bam so mal sehen ob wir uns heute ein bisschen besser anstellen und das nicht Jane Jett alles alleine machen muss vielleicht war er deswegen ein bisschen böse wer weiß wer weiß los macht schon hier das ist echt geile Hintergrundmusik aber ich kann es euch ja nicht vorspielen ich werde euch dann andere einbauen dass es nicht so eintönig und langweilig ist ja los geht's vorschauen wir mal gleich wieder weg bringt ja eh nix kann ich euch meine coole Show nachher gar nicht zeigen wobei doch die Show kann ich euch zeigen nur ohne Musik ja beide dieselbe Musik ey so los geht's oh er hat gleich mal gekontert der Penner ey ja das war jetzt entkommen da habt ihr gesehen ok er schickt uns zurück in den Ring kommt schon schick uns rein schick uns rein schick uns rein schick uns rein jawohl Ring ja jetzt nichts mit Kontern hier das ist ja gut ausgegangen du so jetzt sind wir ein paar Schläge hier ja ja er kontert ey das ist ein Dichser na will er wechseln da kriegt gleich mal ein Digitier ab genau ja ja zuplex sehr schön oh Darren Young jetzt muss er raus er ist ja aber wir können auch kontern mein Freund jetzt kann ich glaube ich eher nicht Konter in der Zeit, oder? überhaupt geht es in die Ecke und dann Double Team Action gucken was wir drauf haben ich weiß nicht wie man raus geht sehr geil oh man komm schon komm ich treu mal in die Sprache naja schön na komm schon wenn wir den anderen runterholen dass es nicht zu langweilig wird den wir ein bisschen bearbeiten da draußen gibt es da gar nicht jetzt kriegen wir noch das Maul oh Jayden macht das wieder hervorragend na jetzt ist er natürlich zwei gegen einen schickt er mich in den Ring rein was soll das jetzt wir sind ja beide nicht aktiv am Kampfbeteiligt mann naja das wollte ich nicht mann oh Kontert wieder da draußen wer konzentriert sich nie auf mich das wird das ein Fehler jetzt ist Cover nein nein verdammte Axt so wir gehen wieder hoch kannst du noch hoch gehen bitte sehr schön wir haben ja gar nichts gemacht ich will jetzt ein finisher machen das zieht dann raus nein nein oh fuck gibt es doch gar nicht ey den scheiß nie vor ich habe noch nicht rausgenommen der krippe das nicht es ist nicht kauf du kannst mal wechseln jetzt kommt dann geht es hier, wenn wir in dieser Spiel gehen, dann sieht er sehr komponenten, wenn er nicht zurück ist, dann vielleicht nicht so schwer wie ich dachte er ist so, ich liebe Jungschen und er scheint nicht zu fachetig zu sein wir haben einen Tab ein Tab ein Dachdruck-Dragout-Ball, mit einem großen Stump und diese Leute entdecken die Bombe, sie ziehen alle Stumpen und jetzt geht er weiter, eine zweite Mal ich dachte schon, wir sind schon wieder aus dem Füß, komm schon warum steigt denn eigentlich Jayden sein Signature und Finisher anzeige, wenn er draußen ist Display vom zweiten Seil jetzt zeige ich euch mal meinen anderen Signature, nein der kommt dort, jetzt geht er wechseln, komm schon, steh auf, steh auf ja das haben wir Finisher auch nicht schlecht boah ey, wir versauen das hier noch nein ey, ich glaub's nicht ja, wir kommen da raus, gut, 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 jetzt schnell hoch mit dir, hoch mit dir, bevor, aaaaaaah ich dachte, der will direkt wechseln gehen ey komm schon, man, jetzt wechselt er doch, scheiße gut, übertreibst du mal nicht gleich, ey what the fuck ey ach ja, immer zu spät oh mein Gott ey oh, Glück das Problem ist, beim Kontern, ich weiß noch nicht, was die Gegner so für Moves drauf haben, oder wie sie es machen, ne aber dieses Mal ist geschafft so what the fuck nein, ne, das gibt's doch gar nicht ich wollte mein Signature machen nicht schon wieder ey was ey ich hab's versaut ey noch eine Niederlage ey, im dritten Kampf ja, richtig schlecht da waren wir Nummer 1 herausforderungen sicherlich ah, das ist ja auch nicht jetzt ey na gut, irgendwann haben wir die Autority-Belohnung bekommen, 400 Punkte ja, scheißen Dreck ey Tja, was wollen wir machen, ne wir müssen uns mehr anstrengen gucken, ob wir noch Nummer 1 herausforderungen sind ok wir kämpfen jetzt, wer ist denn das ähm Zack ach ne, Heath Slater ja what no name aber ok, das machen wir dann beim nächsten Mal Leute, ich sage danke fürs Zusehen, wenn euch das gefallen hat vergewaltig den Like-Button und ja, lasst uns ein Abo da wir sehen uns bei der nächsten Folge bei WWE 2K17 ich bin der Flo und ich bin raus